Warte mal. Das heißt, wir sollen jetzt zurück in Kujitskab oder was? Mal kurz speichern hier. Ja, sicher. Wolltest du es nach Hause? Hörst du mich... Nein! Jetzt. Hab ich dich wieder? Du schalest niemandem mehr. Ich weiß gar nicht, warum die zweite Schwester dich für so wichtig hält. Sie mag Souvenirs, aber Erinnerungen sind mir egal. Und ganz ehrlich, du bist meine Zeit nicht wert. Also machen wir schnell! Na, na. Komm her. Du wirst sterben wie die Ratte, die du bist. Kannst du dein Treffer einstecken? Ja. Jederzeit! Her mit dem Schmerz! Naja. Ja, dann sind wir so bei euch. Jetzt. Du bist dann! Ja... Ja. Wir haben ihn... Das sind jetzt. Das sind wir... Ich bin... Das sind wir... Wir sind... so. Ja. Das sind wir... ... hier... ... jetzt, ich bin... Nicht schlecht für Abfall. Und für einen Jedi? Ist doch das Gleiche. Letzte Chance zur Kapitulation. Komm her, wir sind noch nicht fertig. Du wirst nicht gewinnen. Du wirst nicht gewinnen. Du wirst nicht gewinnen. Noch ein Stimpf. Du wirst nicht gewinnen. 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 Das war ein schönes Geräusch. Findest du nicht? Du wirst nicht gewinnen. Du wirst nicht gewinnen. Du wirst nicht gewinnen. Du wirst nicht gewinnen. Nein. Du wirst nicht gewinnen. Du wirst nicht gewinnen. Du wirst nicht gewinnen. Du wirst nicht nicht mehr es ist so schnell antworten kann das ist bei der die schade ich dachte ich komme jetzt wieder angesprochen so war das jetzt mal das war gar nicht ich dachte deine Lebensanzeige ist nur so aus Jux runtergegangen werden Nene kann ich nicht Spreng so jetzt hab ich gelernt das ist was zur Hölle um und noch mal und so nun ist nun und so ich bin ab um ein war Oh, das hat wehgetan. Hat's? Ich hab nix gespürt, du! Jederzeit! Echt? Dann lass mal sehen. Nein! Verdammt. Ich hab misstimed. So, komm an. Los. Na komm, na komm, na komm. Spring mich an, spring mich an, mach halt Fehler. Oh, der Schnell! Ja, das bin ich. In der Tat. Na komm schon! Jetzt erhängen wir dich! Der Schroller! Tante! Jawoll! War's das? Hast du endlich genug? In der Tat, es ist vorbei. Als Inquisitorin weiß ich, dass kein Rückschlag zu groß ist. Wenn du dich selbst verloren hast, dann ist dein Arm das Geringste. Weißt du euch auch nicht? Was zur Hölle? Ist das? Nein! Was zur Hölle? Was zur Hölle? Und weiter! Du! Verstämmelung! Und deine Freunde! Von hin lässt du die Finger versanden! Niemand stoppt das Imperium! Wie kann man so voller Propaganda sein? Ich verstehe es nicht! Wie kann man so voller Zorn sein? Wie kann man so voller Zorn sein? War das wirklich das Ende? Denn wir wissen ja nie, ob sie vielleicht nicht doch zurückkamen. Du wärst tot! Was? Nein, ich dachte das nicht! Ich war voll zur Überzeugung in das Raum! Also... So geht's gut! Ja? Wir müssen zurück! Sie und Grease erwarten uns! Das war ein ganz schönes Stück Arbeit! Hat mich jetzt eine halbe Stunde gekostet, also den Scheiß-Bot oder den Scheiß-Boss zu eliminieren! Mein Fresse! Dann werden die anderen Bosse wahrscheinlich nicht leichter! Jetzt bin ich wieder zu laut! Entscheide dich! Mikrofon, entscheide dich! Ah, was zu meditieren! Neunte Schwester bis... Ah, ne! Sie ist tot! Sie ist tot! Okay, gut zu wissen! Dass wir sie nie wiedersehen! Habe ich auch ehrlich gesagt nicht gebraucht, muss ich mal so sagen! Wenn sie jetzt so tot-tot ist, bin ich sehr sehr zufrieden mit der Annahme, dass sie tot-tot ist! So, sollen wir jetzt wieder tauchen gehen? Oder dürfen wir laufen? Gucken wir mal auf den Winnie... Gute Arbeit, BD! Hey, BD! Hier an! Oh, du hast was gefunden! Neues Poncho-Material erhalten! Wächter! Ach! Das Poncho ist das, was wir anhaben! Warte mal, das können wir gleich mal gucken! Poncho-Material! Wächter! Das ist Wächter! Ja! Ich meine... Ja! Nehmen wir einfach mal... Warum auch immer wir die ganze Zeit ein Poncho tragen müssen! Ich verstehe es nicht ganz so gut! Vielleicht ist Karl ja aber gut, Ponchos zu tragen! Wer weiß! Wahrscheinlich ist das jetzt besser! Ah, ja! Ah, jetzt sind wir wieder hier bei der... Bei der imperialen Basis und dem kaputten AT-AT! Hey, Leute! Neun! Truppler am Boden! Ah, ich hab jetzt vergessen, wie man... Macht war zwei, ne? Lass, die muss gern, Digga! Was schießt denn der da ab, der Typ? Raketentruppler, so... Mit der Macht kannst du Projektile beeinflussen, ablenken... ...und Truppler-Alarm nach dem Feuer, nach... Na, nur zu dieser Zeit um den Abstand zu... Ja... Hab ich schon gemerkt... So, jetzt muss ich mal mehr mit der Macht jetzt mehr arbeiten... Oha! Komm her! Verdammig! Komm her, du... Verdammt! 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 Ich hasse diese Viecher! Hab ich das schon oft gesagt? Ich weiß nicht, wie oft ich das ja schon gesagt hab... Ey, du da! Aufpassen! Neun! Du, schießt mich nicht auf meinen Freund! Oh, ja, Kascha! So, Junge, du bist der Nächste! Ui! Okay, das ging schnell! Ich weiß nicht, ich bin zwar besser an einem Lichtschwert an... Äh, doppelt Lichtschwert an sich, aber ich finde das... Wenn's mehr Schaden macht... Mh... Ja... Können wir den anders ran... Ey! Na nu! Ui! Ist mir stärker geworden? Ey, du da! Wann mal, was sollen wir überhaupt lang? Ah! Okay! E öffnen! Öffnen wir mal! Abkürzung freigeschaltet! Super! Ah! Ah, die wohl... Ah, das ist... Ah! Jetzt sind wir hier wieder! Okay! Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind! Das ist eine Abkürzung dazu! Hallo? Ach, der braucht ein Stück! Na, da warten wir natürlich! Sehr schön! Da geht's auch nach oben! So! So! Ja, ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich mit Lichtschwerten kämpfe, dann... Also generell, wenn ich mit Waffen kämpfe, dann eher lieber mit Waffen, die so... mehr Schaden machen! Und, ähm, dafür nur ein Ziel! Wow! Na, komm ran! Du kannst nicht vor uns weglaufen! Ich schlag dir das Gesicht ein! Ja! Komm ran! Lass dich! Ja, ich hab doch... Du bist schnell! Das muss ich dir lassen! Ah! Sehr schön! Hätten wir das auch? Keine Ahnung! Vielleicht... Dein... Tod! Ja, es war sein Tod! Können wir ihm nicht verhübeln! So... Wir müssen... müssen wir jetzt eigentlich zum Schiff wieder zurück... Ja... Wir müssen zum Schiff wieder zurück... So! Oder wirklich den... lahmen Weg? diesen langsamen lahmen Weg... Lää... Na gut! Keine andere Wahl! ich glaube sie ist versiegelt verdammt ich ein suchtruide sicherheitsruide ist die denken was zur helle bist was heißt was seid ihr denn die blendgranate unterwegs nein ah verdammt okay dafür also die blendgranate das stimmt aber eigentlich solltest du dich nicht mit einem jeden einmal das soll war das denn wer ist schuss hat jetzt prüfen sie sind das kopfgeldjäger an du der haxion boot kombiniert blasterfeuer häufig mit kanaten schildangriffe und kopfpulsorwellen nähere dich vorsichtig schützen sie vor angriffen mit lichtschwerten aber nur wenn sie aktiviert die weiche gar nicht vorbereitet oh mein gott oh mein gott gott sei dank haben wir diesen doppel ich habe das jetzt gar nicht realisiert heiligem heilige mutter mache ich bin nicht mal schreien wenn ich schreien muss